Hallo und Willkommen bei PrepperFox. In den letzten beiden Jahren habe ich sehr viel Survival-Ausrüstung gekauft, hauptsächlich für den Fluchtrucksack. Mir ist aber bewusst, dass ich dieses Zeug nie komplett mitnehmen könnte bei einer Backout-Situation. Daher wollte ich ein Experiment machen. Ich bin heute um 4.30 Uhr aufgestanden und musste aus meiner Survival-Ausrüstung zehn Dinge auswählen, die ich mitnehme, habe diese dann schnell eingepackt und bin eine Stunde auf den Berg gegangen. Wenn ihr wissen wollt, dass ich jetzt alles dabei habe, dann geht es weiter nach dem Intro. Bevor ich euch die Dinge zeige, die ich mitgenommen habe, möchte ich noch ein paar Hinweise geben. Der erste Hinweis ist, dass die ausgesuchten Dinge nur meiner persönlichen Vorstellung entsprechen. Also das heißt nicht, dass das für euch genau gleich gilt und ich euch sage, ihr müsst unbedingt diese Dinge mitnehmen, sondern das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich möchte euch nur zeigen, was ich heute morgen in kurzer Zeit zusammengesucht habe. Der zweite Hinweis ist, ich habe auf die Kleidung in dem Sinn keine Rücksicht genommen, weil in einer realen Bugout- oder Survival-Situation weiß ich ja, was draußen für Verhältnisse sind und gehe davon aus, dass man hier entsprechend richtige Kleidung auswählt, bevor man flüchtet. Der dritte Hinweis ist dann, dass ich die Dinge so ausgesucht habe, dass ich nur eine kurze Zeit in der Natur überleben könnte. Fangen wir gleich mit dem ersten Ausrüstungsgegenstand an und das ist ganz banal, ein Rucksack. Wenn ihr flüchtet und ihr möchtet eine gewisse Anzahl von Dingen mitnehmen, dann braucht ihr irgendetwas, um diese Sachen zu transportieren. Ich glaube nicht, dass es mit der normalen Kleidung möglich ist, relativ viel mitzunehmen. Also ist die einzige Option hier eine Tasche. Und ich glaube, dass es in einer realen Fluchtsituation keine Rolle spielt, ob das ein 20-Euro-Rucksack vom Discounter ist oder irgendein Tasmanientiger oder sonst irgendetwas. Ihr werdet einfach froh sein, irgendein Behältnis zu haben, um eure Sachen mitnehmen zu können. Als zweiten Ausrüstungsgegenstand habe ich ein Zelt gewählt. Dafür gibt es mehrere Gründe. Ein Zelt ist relativ schnell aufgebaut. Es bietet mir Schutz gegen Regen, Schnee und auch, das klingt jetzt banal, Mücken und andere Krabbler. Und es ermöglicht mir vielleicht sogar in einer Ausnahme- oder Survival-Situation Schlaf zu finden, ohne dass ich einen Shelter bauen muss aus irgendwelchen Naturprodukten. Der dritte Ausrüstungsgegenstand ist für mich eines der wichtigsten Gegenstände bei einer Fluchtsituation oder auch beim Survival. Das ist ein Erste-Hilfe-Set. Ich habe hier ein 220-teiliges Erste-Hilfe-Set, das ich bei Amazon gekauft habe. Ich mache zu dem Teil auch mal ein näheres Review. Und so etwas kommt für mich unbedingt in den Fluchttrucksack. Da ist mir komplett egal, was ich sonst noch mithabe, aber das Teil wird definitiv nicht fehlen. Nicht nur um mir selbst helfen zu können, sondern auch um anderen Menschen helfen zu können. Beim vierten Ausrüstungsgegenstand geht es um Wasser und zwar um eine Feldflasche. Ich würde diese Feldflasche bei einer Flucht auch versuchen noch zu füllen, damit ich schon eine gewisse Menge Trinkwasser auch bei mir habe, ohne irgendwo eine Wasserquelle suchen zu müssen. Bei dieser Flasche habe ich den Vorteil, dass sie aus Edelstahl ist. Das heißt, ich kann hier drinnen auch Wasser abkochen ohne Probleme, falls ich mir nicht ganz sicher bin, ob das Wasser auch wirklich trinkbar ist. Der nächste Vorteil ist, ich habe auch gleich einen Becher dabei, um Wasser eben zu trinken oder einen Tee zu machen bzw. auch darin zu kochen. Beim fünften Ausrüstungsgegenstand geht es auch um Wasser und zwar um das Filtern von Wasser. Wenn ich in der Natur irgendwo Wasserquellen finde, denen ich nicht ganz vertraue, gibt es die Möglichkeit über diese Filter, also Live-Straw oder Soja-Mini-Wasserfilter, dieses Wasser dann trotzdem zu trinken ohne größeren Aufwand. Und man erspart sich hier viel Ärger, weil wenn man Durchfall bekommt von irgendeiner dubiosen Wasserquelle, wird das Survival oder das Verweilen der Natur wahrscheinlich sehr anstrengend werden. Beim fünften Ausrüstungsgegenstand geht es um Feuer. Ich würde das Ganze zusammenfassen und einfach Feuer-Kit nennen. Ich habe jetzt ein Big-Feuerzeug dabei, weil das immer noch der einfachste Weg ist, ein Feuer zu machen bei trockenen Verhältnissen. Zusätzlich habe ich dann noch einen Feuerstahl mit. Dieser ist bei mir in einem Gehäuse drinnen, das heißt auch vor Feuchtigkeit geschützt, wobei dieser auch funktioniert, wenn er nass ist. Und was mir auch ganz wichtig war, ist, dass ich eine lange Kette habe, dass das Ganze auch gut funktioniert. Und eines würde ich euch noch empfehlen, wenn ihr schon solche Dinge mit habt, dann würde ich euch auch eine Art Zunder empfehlen. Wenn ihr jetzt nicht so bewandert seid mit Zunder aus der Natur, dann nehmt einfach ein Stück Watte mit oder irgendetwas, das eben leicht brennt und schaut auch, dass dieses Ganze trocken bleibt. Der siebente Gegenstand ist eine Stirnlampe, also eine Taschenlampe, die man sich auf die Stirn schnallen kann. Dunkelheit kann relativ hinderlich sein, um irgendwelche Aufgaben zu lösen. Daher glaube ich, dass Licht eine wichtige Voraussetzung ist. Es ist natürlich klar, dass man hier Batterien braucht, aber wie gesagt, gehe ich bei einer Flucht nur von ein paar Tagen aus und hier sollte man mit der Batterieleistung hoffentlich zurechtkommen und sonst muss man eben Ersatzbatterien mitnehmen. Diese Lampe hat auch mehrere Modi, also einen sanften Modus, einen helleren Modus und einen Rotlicht-Modus. Der achte Gegenstand ist ein Messer. Und es muss jetzt nicht so ein großes Messer sein wie dieses. Vor allem dieses wäre in Deutschland sogar verboten aufgrund der Länge, wobei bei einer Notsituation oder beim Survival würde ich mir über diese Gesetze dann wahrscheinlich sowieso keine Gedanken machen. Ein Messer würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also das ist ein unabkömmliches Ding in einer Survival-Situation, weil es multifunktionell ist. Man kann es zum Schutz verwenden. Es kann ein Schweizer Messer sein, ein Klappmesser, ein Messer irgendeiner Art wird euch hilfreich sein. Der neunte Ausrüstungsgegenstand ist Paracord. Das habe ich deswegen mit, weil einfach die Anwendungsmöglichkeiten so umfangreich sind. Mit Schnur kann man einfach so viele Dinge tun und jeder, der ein wenig mit Handwerken zu tun hat, weiß das. Daher kann ich auf dieses Teil nicht verzichten beim Bugout. Das zehnte und letzte Teil ist ein Schemag-Tuch. Ich weiß nicht, ob ihr dieses vor allem im Nahen Osten verwendete Tuch kennt. Und das habe ich auch mit, weil es einfach multifunktionell ist. Man kann es als Filter verwenden, als Kopfbedeckung, als Polster, als Decke. Tausend Dinge kann man mit diesem Schemag anstellen. Und daher kommt es auf jeden Fall beim Bugout mit. Aus meinem kleinen Experiment habe ich gleich zwei Dinge gelernt. Erstens, es ist extrem schwierig, am Morgen rasch aus einer großen Anzahl von Ausrüstungsgegenständen eine sinnvolle Kombination zusammenzustellen und einzupacken. Die zweite Erkenntnis ist, dass trotz der geringen Anzahl von Teilen und des Gewichtes von circa zehn Kilo in diesem kleinen Rucksack es trotzdem sehr anstrengend war, rasch und mit Eile auf einen Berg zu kommen. Also ich habe mir vorgestellt, es wäre eine reale Bugout-Situation und habe dementsprechend ein hohes Tempo gewählt. Und hier waren zehn Kilo schon eine ganz schöne Belastung, muss ich zugeben. Daher fühle ich mich auch bestätigt, dass mein Fluchtrucksack auf keinen Fall schwerer als 15 Kilo sein darf. Und so werde ich das auch umsetzen. Ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache. Wenn euch die Produkte interessieren, die ich hier so vorstelle und die ich auch in letzter Zeit bei Amazon gekauft habe, dann schaut bitte auf meine Seite PrepperFox Shopping Links. Link dazu ist unter dem Video. Hier habe ich einfach die Produkte von Amazon auf einer geordneten Seite mit Kategorien verlinkt. Und ihr würdet mich damit auch unterstützen, wenn ihr über diese Links kauft. Es kostet euch keinen Cent mehr. Es ist nur für mich eine kleine Provision für die Aufwände, die ich bei YouTube habe. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und dass ihr einige Dinge mitnehmen könnt. Wenn ja, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben hier. Wenn ihr mehr sehen wollt von mir, würde ich mich total über ein Abo freuen. Und wenn ihr einen Kommentar habt, dann hinterlasst ihn bitte unter dem Video. Das war's für heute. Euer PrepperFox.